Willkommen zurück bei Bioshock 2. Jetzt kommen wir erstmal auf den Spasten, offenbar. Oh, man. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, aber wieder nicht viel Drei Schuss findet man immer nur Hey, das ist doch so eine ganze Trommel Warum sind da nur drei Schuss drin? Wir müssen dringend so einen Waffenautomaten finden Damit wir da erstmal ordentlich einkaufen können Okay, ich hab aber ordentlich viel Geld Jetzt wahrscheinlich nichts Das geht mir jetzt wieder falsch Ach, scheiße Was ist denn der Security Bot? Wenn ich jetzt wüsste, wo man diese scheiß Dinge ausschaltet Ah, da hinten Okay, wo war er jetzt? Thank you Now I must leave you And I am sorry for this But there are others I must Was ist denn wenn heckt mit B? Weil das nicht letztendlich noch ist Oh, das ist mir geil Oh, das ist mir geil Oh, das ist mir geil I think you and I can do business Take the train to Ryan Amusements I'll see you shortly Man sagt Oh, Tannenbaum Ist das ein Easter Egg oder was? Ach, die explodieren auch, ja Scheiße So groß lohnt sich die Sache jetzt zwar auch nicht, oder? Der war ein bisschen komplizierter zu hacken, auch immer Ah, ich kann mir nicht mal das leisten Geil Was macht der denn? Er fackelt hier ab, oder was? Nächste Phase offenbar oder nächster Level Wie auch immer man das hier sagen möchte in dem Spiel Gut Save your content Da wird ja im Versammlung an der Speicher dann erstellen Oh man, now better apply the brakes unless you're aiming to dash yourself against that glacier up ahead As you can see, Chief, the station here is iced over To reach Eleanor Lamb at Fontaine headquarters, we'll have to clear the way Now, in order to melt that ice, you'll need a plasmid like a handful of hellfire We used to sell a fine old product called Incinerate in the amusement park up yonder Go on and find a way in I've already been on all the rides Gut, wir haben schon mal wieder Munition, das ist schon mal sehr gut So, hier geht's offenbar jetzt weiter So, ein bisschen einsammeln hier Liegt hier wieder einiges rum Hier ist wieder ein Respawn-Punkt Ich komme nicht offenbar nicht ran, oder was? Ich werde, above all, ihre intellektuellen Progenitor Loyal nicht zu ihr, sondern zu den Menschen, die sie letztendlich schützt werden Aber ich verweigte, dass es mit einer Art und Weise zufrieden, dass ich ihre Marken in den Standard-Intelligence-Test Als Agent unserer Meinung nach, sie kann sogar surpassieren, dass sie sogar ich Cloud! Fucking Cloud! Cloud! You think you're so funny! She's prettier than you! Is das mal Alkohol? Mal gucken Bisher wirkt es jedenfalls nicht Also, gucken wir mal Hier liegt was rum Hier liegt was rum Hier wieder Trash Scheiße, was habe ich getan? Wollte eigentlich das hier machen Aber komm ich wohl nicht durch, schätze ich Gut, weiter geht's hier Ist überall was drin? Was war denn das? Kommt jetzt wieder ein Vieh hier, oder was? Open Business Ist das noch ein Upgrade hier, oder was? Geil Natürlich auch nicht schlecht So, respawn Punkt hier So 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 I was hired to engineer a park, the likes of which no man has seen Now all I do is watch over it like a grizzled sheepdog Hier können wir wieder hacken Hier können wir wieder hacken Gesundheitsautomaten, aber Wir haben nicht viel genutzt Weil ich kein Geld hatte Jamdandy Das wird dich in den Park Aber Buying incinerator wird Atom Was geht hier Es ist eine Art von Genetik-Goo Das lässt du dir rewriten, was du Gott gabst Ja, schön Die kleine Schwestern tragen die Sachen So Du brauchst eine Ich hörte einen Nach dem El Dorado Lounge Schau Ich hab doch hier jetzt extra aufgemacht Get into the Park Okay, soll ich also jetzt wieder raus hier Hat sich ja gelohnt Ich hab doch Ich hab doch Ich hab doch